Die Ausleihe der Bücher funktioniert während unserer Öffnungszeiten an den Selbstverbuchungsautomaten im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss. Für die Ausleihe benötigen Sie einen Nutzerausweis. Als Studierende ist das Ihr Studierendenausweis. Diesen halten Sie einfach an den Kartenleser des Gerätes. Nun können Sie die Bücher, die Sie ausleihen möchten, auf die Glasplatte legen. Sie werden von dem Gerät erkannt und automatisch auf Ihr Konto ausgeliehen. Sie erkennen das späteste Rückgabedatum jeweils hinter dem Titel. Eine Ausleihequittung können Sie sich ausdrucken lassen, aber wir empfehlen Ihnen den Versand an Ihre hinterlegte E-Mail-Adresse. Das ist für Studierende die at-stut-serve-E-Mail-Adresse. Selbstverständlich können Sie die Bücher auch jederzeit wieder zurückgeben. Die Rückgabe erfolgt über den Rückgabeautomaten im Erdgeschoss. Schieben Sie die Bücher einfach in den Schlitz. Auf dem Display wird der jeweilige Titel angezeigt. Wenn Sie alle Bücher in den Automaten geschoben haben, die Sie zurückgeben wollen, können Sie sich wieder eine Quittung ausdrucken oder besser gleich per E-Mail schicken lassen.